Hallo Leute! Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Rocket League und zwar Rumble! Ähm, joa, der gute Kai und der gute Miko. Oder auch Kill, wie auch immer. Ähm, Miko. Jo, sind wir da am Start und wir kriegen direkt auf die Fresse! Mann, so ne Scheiße. Herzlich Willkommen bei diesem Bastardspiel. Genau! Zur Information, wir haben gerade eben schon eine Runde gegen die gespielt. So zum Einbäraufwärmen. Einbär vor allem. Äh, und haben, ich glaube, 8 zu 3 gewonnen eiskalt. Und die Übelze aus dem Allergefetz. Jetzt geht's direkt mit einem Tor gegen uns los. Also, da sind die beiden immer wieder dran schuld. Ich würde das ganze Ding so rocken hier. Habt ihr das gesehen?! Oh, lol! Oh, lol! Ich dachte, ich rette den! Ich hab' gesagt, das wär' total heldenhaft gewesen! Oh, lol! Das war heldenhaft! Gott, Alter! Was ist da denn passiert? Krass! Oh, ist ja wie ein Unfall, Mann. Hm. Am Anfang lang war auch zurück. Also... Joa. Ich glaube, es war nur 3, ne? Hm. Hm. Ist egal. Ist mir alles... Ja, komm, ram mich weg! Hä? Hm? Lol. Da bin ich sowas von dran. Bam! Hat ein Enterhack und sagt, da ist da sowas von dran. Oh nein! Ist einer von uns im Tor? Hm. Oh, lol! Oh, lol! Oh, lol! Ich hab' sogar schon mit Magnet gearbeitet, ne? Ah. Ich hab' ja noch ein paar gefreakst. Scheiße, ey! Na gut, Enterhacken war das, ne? Ja. Ja. Ach, kacke! Kann man jetzt machen! Oioioioioi! Du gehst? Selbstverständlich! Und gewinne auch! Joa, okay! Dreckiger kann der Google gar nicht kommen! Joa! Okay, geil! Das hab' ich schonmal besser gesehen! Wie ist das Nipro einfach ausgegangen? Ich hab' eine Box! Hat' Richtung! Hä? Ach! Läng, läng! Läng! Ja! Ne, ne, ne! Toil! Hm, oh! Ernsthaft? Jetzt hab' ich Spikes! Jetzt, wo das verkackte Tor da ist! Da hab' ich Spikes, nachdem ich ihn bereits getroffen hab! Och, Leute! 0-4! Also, damit hab' ich schonmal mehr Tor als in der letzten Runde! Hm! Oh, ich komm' aber auch nicht am Boost ran! Gutes Ding! Oh, er hat... Na, komm her! Ja! Äh, lol! Wie er einfach an den Zweigs dran bleibt! Obwohl ich Pumple hab! Schönes Ding! Ich hab' super Kraft! Ich stell' mich ins Tor! Ach, Mist! Egal! What?! Jo, danke! Auch noch nicht so gut gekommen! Alter! Nein! Ah! Alter, wie die 300 stehen sie da im Tor und bumsen mich weg! Voll krass einfach mal! Zwei, eins! Und ich hab' Mentor hatten! Oh, mein Gott! Wie geil! Voll das Team-Play! Was ist das? Nein! Hab' ich, hab' ich, hab' ich! Nee, ich war' kein' mich weg ran! Tu, diese Mussi! Mussi! Bist ne Mussi! Hast du? Hast du? Alter! Ich wollte den hier noch weg schließen, damit ich den krieg! Das ist tot! Alter, das ist... Alter, das ist... Aber wenn ich noch ein bisschen näher rangekomme, dann hätte ich ihn weg geboxt! Ey, komm! Das ist jetzt hier der Aufschwung! Jetzt kommt die Wendel! Ja! Wie beim letzten Mal auch! Oh, zur kompletten Scheißigkeit! Was war das denn? Das war ne supergeile Parade von mir, du kalbe Muschi, du! Uh! Gut! Das war knapp! Ja! Das Eis kam übrigens auch von mir! Es hat euch den Arsch gerettet! Die Fliegeraktion kommt auch von mir, habt ihr gesehen? Jop! Voll vorbei! War richtig geil! Hast du? Hast du? Hast du? Ja, sehr schön! Was mach' ich denn jetzt? Oh oh! Ich hab' versucht ihn zu kriegen! Oh! Boah! Scheiße! Wow! Toll! Toll! Da verlässt man sie auf seine Teamkameraden, ne? Lauf doch! Bin ich dein Teamkamerad! Du bist beim vierter Gegner, hast recht! Ich sitz einfach im selben Albtraum wie du fest! Ah, okay! Das ist das Problem! Immer sowas wie ein Mitgefangener! Oh! Bitte, bitte! Nein, 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 nein! Ich dreh mich nicht! Weg! Weg! Hä? Alle weg! Yo! Oh! Oh! Ich glaub' ich hab' gerade alle drei verlichtet! Oh! Nicht dein Ernst! Er rammt mich! Oh! 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 Was passiert hier? Yo! Teamwork! Kai, hast du! Jetzt komm rein! Nein! Da hört mein Magnet einfach auf! Alter! Da ist er! Ja! Letzte Minute! Komm, irgendwas geiles! Alter! Der Spikes! Ich töte dich! Scheiße! Ey! Ich töte dich! Scheiße! Ja! Wie viel? Das bringt einfach gar nix! Krasse Finte! Im Alayga mach' ich's fast! Und wer kickt mich weg! Wer kickt mich weg! Yeah! Das Comeback is real, weißt du! Eins gegen fünf! Das ist normal! Eins gegen fünf! Und Kai kickt mich weg! Und dann noch kommen Kinder noch nicht weg, ey! Miko! Ey! Ohne Scheiß! Eins gegen fünf Spiele hier! Kein Wunder, dass ich verliere! Ich! Ein Bier! Kannst du ihn rein machen! Nö! Scheiß Vorlage! Hehehe! Ich mach ihn rein! Weg da! Mein Ball! Oh man! Es ist so warm! Es ist so warm! Wir machen ihn! Mach ihn doch! Ah! Läuft! Ich bin gut! Ah! Ah! Didi! Es ist gekackt! Das ist doch so klar! Wir haben gerade eben acht zu drei gewonnen und jetzt kriegen wir Eis fährt aus dem Maul! Ich könnte mal sagen... Läuft bei euch! Und als Dank für diese beschissene Wiederholung, ne? Das wir gerade eben gewonnen haben, konnte ich noch nicht mal beweisen! Kriege ich noch eine verfickte zertifizierte Maus, ne? Hä? Nice! Toll! Ja! Endlich mal ne vernünftige Map! Wiederholung! Ja! So! Jetzt aber! Wir winnen! Save Mates! Best of three praktisch! Mhm! Oh! Gott! Hups! Will der mich verarschen, Alter! So weg mit dir, du! Und weiter geht! Jetzt lass mich diesen scheiß Ball in dich treffen, Mann! Warum chastet ihr denn alle nach dem einen? Oh, das hätt den Ball schon so leicht vors Tor bringen können, ne? Und ihr rafft mich die ganze Zeit weg, ey! Haha! Danke! Das ist wieder eins gegen den! Ich hab's gehen immer los! Locker! Läuft! Nein! Locker im Arsch! Oh! Ich bin so ein Affe, Alter! Ich... So großkotzig dachte ich lass den einfach rüberrollen, weißt du? Hahaha! Oh man, ey! Richtig, richtig bestraft worden für die Aktion! Ich sag dazu gar nichts! Oh! Ist doch besser so! Psch! Direkt in seine scheiß Beicht! Ist das dir denn ernst? Dopp! Ich hab mich auseinander genommen! Ja, wir nehmen uns selber auseinander! Ja, wir nehmen uns selber auseinander! Ja, wir nehmen uns selber auseinander! Ja, 1-0! Ich bin so glücklich! Läuft doch! So muss das sein! Wir feiern uns vorbei! Oha! Oha! Ich bin so glücklich! Oha! Magnetitus Komm schon, komm schon! Komm schon! Ich hab kein Buch! Nein, das ist total gefertigt! Das ist unglaublich! Komm kotzen! Nein! Nicht euer Ernst! Oh mein Gott! Diese weitergeleitete! Was war das? Ich wollte ihn rüberleiten! Alter, schön! Ja, hat zwar funktioniert, find ich geil! Hat sich angehört, als ob du dir was eingekampst, ey! Mein Nitro, fick dich! Nö! Ich hasse ihn! Wow! Krass! Krasser Move! Oh nie, das war für zwischen! Aua! Nö! Auch nicht! Ey, jetzt! Oh mein Gott! Wie er den Fass reingemacht hätte! Nur weil ich mich hier deportiert habe, ist er nicht reingegangen! Ah! Ah, shit! Ah, verdammt! Hätt' er klappen können! Jetzt geh rein! Nein! Wer hat geboxt? Ich nicht! Ich hatte ebenfalls Pumple! Kai! Ich hab nicht geboxt! Ich hatte momentan nichts! Ach, okay! Der war das da! Dieser... Ag... Aginda! 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 Thompson Pfeil! SSD 1! Der spielt auf seiner ersten Festplattung! Ja! Das war der mal! Der war der scheiße! Hahaha! Oh Mann! Ich kriege ich! Boah, was! Schön! Bunny? Ja? Gib mal ab da! Bitteschön Nein, 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 nein Hui Und hoch, hoch, hoch Fahr, fahr, fahr Da geht, da geht Du wolltest noch mit Eis machen, du Sack Wollte scheiße Oh, ganz knapp So Das sieht doch schon besser aus 3 zu 1 Johnny und Aro teilen sich Platz 2 von den Punkten her, auch gut Vor allem Platz 2, das ist sehr erwähnungswert, aber egal Jetzt nicht mehr Nix mehr teilen, Junge Hier wird der Kuchen Er ist nicht umsonst, Aro Noch nicht ganz Noch nicht ganz Arogant Nein Dein Lüge Oh Oh Oh, 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 oh Ich spreche Alles klar Nicht dein Ernst Da geht er, da geht er Du f... Niii Oh, richtig schief Oh, Leute Mit dem Anfang so zu verkacken die ganze Zeit Hat da jemand Stacheln, ja, ne? Oh, der Bastard Richtig mit gewollt Guck mal Zwei Schüsse und der Ball ist wieder Direkt Böhm, Gegner Und wird zur Vorlage sogar im dritten Guckt euch das an, Alter Da überlasse ich euch einen Schuss dem Ball Und der Ball ist wieder bei dem Oh So, mein Tor jetzt, passt auf Okay, Hammer Guck's Oh, da versaut die es wieder In dem Moment nimmt der Ball an Schart Meiner Meiner, 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 Meiner Ey, hey Oh Hallo, ich werde vergewaltigt Oh, was macht der? Was war das? Holy shit Diese, diese vollkommene Befunderung Was war das? Er hat fucking Gunn-Dive Siehst du, das ist ein Server-Träger, Alter Was ist der was, ey? Dreckiger Gunn-Dive So Mein Nitro, weg Oh, du wieses Sau, ey Wenn ich dich erwische demnächst, ne? Oh, nee, nee, das war nicht gut Ich schwör's dir Ich hecke das Spiel Und dann mach ich das so, dass du Ja, genau Du heckst das Spiel So, pass auf Zeige nicht, zack, so geht das Tor Oh, oh Oh, oh Erst Echt jetzt? Oh, nein, ich bin letztendlich, da was passiert Haha Nein, 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 nein Ich habe noch 19 Sekunden 19 Sekunden, um was zu reißen Oh, nein, so wird das nix Komm, komm Oh, du Schwarz Nein, jetzt hat er die Rettung bekommen wahrscheinlich Nee, es war nur ein paar Befreiungsschlag Nimm mal 500 Punkten Komm schon Lass den Ball auf mich fallen Oh, Bodytreffer Der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg Nein So, Leute, das sieht doch schön aus Dein Hauptmann wird in die Kommentare Und ja, heute erlaube ich es Aber nur mit dem Hashtag Und zwar Hashtag erster Platz Haut's mir in die Kommentare, ja? Alter, nein Hashtag erster, so Ne, man Haut's mir in die Kommentare, ich feier das Nein, nein, feier das Ihr bestimmt auch Also, lasst da rum da Und Kommentare Nein Hashtag kleiner Penis Hashtag Sieger der Herzen Oh, Gott, ey Haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschö Tschö